Wir haben nach 15 Jahren unser Icon im Prenzlauer Berg verloren, wegen heranrückender Wohnbebauung. Also da wurden einfach Wohnungen über unserem Eingang gebaut, ohne dass man darüber nachgedacht hat oder überhaupt mal gefragt hat, ob das möglicherweise Konflikte mit sich bringen kann, obwohl das auf der Hand lag. Wir haben ja bereits seit längerem gefordert, dass Clubkultur im Bereich der Stadtentwicklung und Stadtplanung mit berücksichtigt werden muss. Man kann jetzt natürlich staatlich sagen, hier ist so ein Spielfeld, macht mal. Aber Clubs leben ja davon, dass sie sich Räume auch weiter erobern. Und da gibt es einfach immer weniger in der Innenstadt und wir sehen, dass die Clubs dann eher an den Stadtrand ziehen müssen. Wenn man verdrängt wird und neue Räume findet, ist das in Ordnung? Es gibt durchaus irgendwie Versuche, Clubs dezentraler nach außen zu verlagern und irgendwie auch Veranstaltungen, seien es jetzt nur mal einzelne, weiter an den Rand zu drücken. Aber ob das wirklich funktioniert, muss auf jeden Fall noch bewiesen werden. Also früher, auch in den 90ern, war das ja durchaus so, dass die Stadt auch davon sozusagen profitiert hat oder gelebt hat, dass neue Orte irgendwie geschaffen wurden und neue Orte aufgemacht haben und dafür hat dann jemand anderes zugemacht. Damals war das okay, weil man halt, man hat da zugemacht, da aufgemacht oder dieser Club hat geschlossen, dafür hat der nächste aufgemacht in der Innenstadt mit einem ähnlichen Konzept oder so. Aber das genau geht eben heute nicht mehr. Also ich glaube, in der Mitte ist es tatsächlich inzwischen schwierig geworden und in Prenzlauer Berg, da gibt es aber natürlich immer noch Orte, wo findige Clubbetreiber noch irgendwie eine Nische finden und das muss man dann entsprechend noch unterstützen, auch vielleicht durch die Bau- und Stadtplanung. Fakt ist aus unserer Sicht, dass es absolut nicht wünschenswert ist, wenn du eine Innenstadt hast, die kulturell ausstirbt und wo Clubs einfach nicht mehr dazugehören. Und das sieht man in anderen großen Städten und das kommt jetzt langsam bei uns leider auch. Bisher ist es so, es gibt hier einen Club, daneben wird ein Grundstück verkauft, die bekommen eine Baugenehmigung, dürfen Wohnungen bauen, bauen die Wohnungen wie sie wollen und hinterher hat man den Konflikt. Und das ist aber eigentlich gar nicht nötig. Also man kann Wohnungen zum Beispiel auch dicht an einen Club ran bauen, wenn man vorher darüber nachdenkt, wie man diesen Wohnungsbau strukturiert. Erstens mit Schallschutz, also es geht da eben darum, dass die Wohnungen eigentlich dann ja auch schon den Schallschutz mit einbauen können. Also ich finde das auch total logisch, da gibt es etwas, das ist da vielleicht schon seit 10 oder 15 Jahren, funktioniert, ist wertvoll für die Stadt und dann wird nebendran gebaut, völlig in Ordnung. Aber dann sollten ja eigentlich vielleicht die Rücksicht nehmen, die dann da bauen. Dass man also ganz klar sagt, wenn irgendwo Quartiere neu beplant werden, dann müssen die eben halt auch Clubkultur mit berücksichtigen. Was wir bei Schule und Kita ganz selbstverständlich machen, aber bei Kultur- und Kreativorten bisher nicht. Das heißt man müsste den Neubau entsprechend mit Schallschutz versehen und man kann Wohnungen nach da oder nach da mit dem Wohnzimmer zum Beispiel auslegen oder mit dem Schlafzimmer. Wenn man bei diesen Neubaugeschichten darauf achten würde, dass Wohn- und Schlafbereiche eben nicht direkt an den Clubgrenzen, sondern in die andere Richtung gehen, das ist eine Frage vom Grundriss, hat man auch schon viel gewonnen. Das war es eigentlich ganz cool. Also, das war es immer noch einmal. Ich habe es mir so gesehen.